Hallo YouTube, ich bin Meister Beanie und in diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, mit denen ihr dann hoffentlich eure Abenteuer selber schreiben könnt. Aber erstmal das offizielle Blabla. Logischerweise sind das nur Tipps und Tricks, die mir geholfen haben oder Tricks, die ich über die Jahre herausgefunden habe. Das hier sind keine allumfassenden Wahrheiten, das heißt die Sachen können euch helfen, müssen es aber nicht. Und ich beziehe mich häufiger in diesem Video auf das System DSA, das schwarze Auge. Das tue ich aber auch nur, weil das das System ist, in dem ich meine Abenteuer schreibe und in dem ich wirklich Bescheid weiß. Dementsprechend ist das nicht der Versuch, euch dazu zu bringen, DSA zu spielen. Oder doch? Das war's von offizieller Seite und damit kommen wir zu den Tipps und Tricks. Tipp Nummer 1. Macht euch erstmal selbst Gedanken. Und zwar gar nicht so sehr um die Geschichte, sondern vielleicht erstmal um die Welt, in der die Geschichte spielen soll. Denn obwohl ihr euer Universum hoffentlich schon gewählt habt und da auch einige Vorgaben bekommen habt, was die Welt angeht, könnt ihr doch unterschiedlichste Settings spielen. Gehen wir mal von DSA aus. Ich kann genauso gut Aventurien als einen wunderschönen Ort beschreiben. Aventurien als ein quasi verwunschenes Königreich, in dem lauter Könige um ihre Throne bangen, in dem es einige Intrigen gibt, aber trotzdem überall Kirschblüten umherfliegen und wunderschöne Apfelbäume an den Wegesrändern stehen. Ich kann aber genauso gut Aventurien als einen wirklich dreckigen Ort darstellen. Da wo der Schlamm, und seien wir mal ehrlich, die Scheiße euch bis zum Knie reichen, wenn ihr in Städten unterwegs seid. Da wo korrupte Stadtwachen oder einfach auch nur Stadtwachen, das Leben euch zur Hölle machen und da wo ihr in den Schlamm gestoßen werdet, wenn ein Vogt vorbeireitet. Beide Settings kann ich spielen und tausende weitere. Ich kann Low Fantasy spielen, High End Fantasy, je nachdem wie ich will. Und das sollte ich mir selbst erstmal vor Augen führen. Und vor allem mich selbst entscheiden, wie sieht meine Welt eigentlich aus. Wenn ich jetzt gewählt habe, ich möchte eher strahlende Helden haben oder eher eine kleine Diebesgruppe, will ich eher blutig spielen, will ich auf Grusel machen, will ich auf Spannung spielen oder mit Action und unglaublich guten Kämpfen meine Helden bei Stange halten. Diese Gedanken erstmal. Tipp Nummer 2. Wenn ihr euch also selber Gedanken gemacht habt, geht damit zu eurer Gruppe und fragt, was eure Gruppe machen will und vor allem, was sie nicht machen will. Also wenn ihr Leute dabei habt, die zufälligerweise riesige panische Angst vor Spinnen haben, wie zum Beispiel ich, dann nehmt keine Spinnen mit rein. Denn das ist weder lustig noch witzig, sondern eigentlich einfach nur scheiße, um es freundlich auszudrücken. Und es wird damit enden, dass irgendwer den Raum verlässt, was ihr auf keinen Fall wollt. Fragt auch, wo die Grenzen der einzelnen Menschen sind. Das bedeutet, was die Menschen abkönnen, wenn es um Gewalt geht. Geht psychische oder physische Gewalt. Denn auch wenn ihr das nur durchspielt und auch wenn ihr davon nur erzählt, kann das einige Menschen triggern, will heißen an Situationen erinnern, die sie selbst mal erlebt haben. Und das wollt ihr auf keinen Fall in eurem Rollenspiel haben. Denn dann ist auf jeden Fall die Kacke am Dampfen. Und dementsprechend respektiert die Grenzen der einzelnen Menschen, wenn sie euch auch vielleicht auf den ersten Blick etwas seltsam erscheinen möchten. Wenn ihr das geklärt habt, was ihr könnt und was ihr nicht machen könnt, dann fragt doch vorsichtig nach, wo ihr eigentlich spielen wollt. Ich habe zum Beispiel zwei Shadowrun-Gruppen, wo ich nicht spiele, sondern einfach nur mitspiele. Und die eine Gruppe läuft fröhlich durch eine Stadt und versucht einem großen Konzern einige Informationen abzuluchsen. Und die andere Gruppe hat sich einfach so, und dieses Setting ist wirklich sehr interessant, in einen Dschungel begeben, um ein Artefakt zu finden. Er ist also ganz alleine im tiefen, dichten Dschungel und das fühlt sich teilweise überhaupt nicht nach Shadowrun an. Dementsprechend fragt also, wo sie spielen wollen. Aber gebt auch einige Tipps und Anregungen, die ihr euch ja schon selbst zurechtgelegt habt. Tipp Nummer 3. Wenn ihr dieses Prozedere hinter euch gelassen habt, könnt ihr endlich anfangen, eine Geschichte zu schreiben. Diese solltet ihr aber vielleicht nicht von vorne bis nach hinten schon einmal durcherzählen. Denn dann bleibt ja gar kein Platz mehr für die Helden, um irgendetwas zu ändern. Sondern vielleicht solltet ihr erstmal damit anfangen, einen groben Abriss darüber zu zeichnen, was gerade in der Welt so alles passiert. Bei meinem DSA-Setting ist es zum Beispiel relativ wichtig, dass eine relativ große Anzahl an Orks relativ gleichzeitig beschlossen hat, mal zu schauen, wie es in den Landen um das Orkland so herum aussieht. Also auf quasi Klassenfahrt gegangen ist und eine kleine, aber feine Spur der Verwüstung hinter sich herziehen. Es ist also eine Zeit des Umbruches und es ist eine Zeit von verschiedenen Gruppen, die versuchen nun diesen Umbruch zu nutzen und versuchen ein wenig Macht abzubekommen oder aber gleich den ganzen Kuchen an sich zu reißen. Das heißt, ich habe mir aufgeschrieben, wer sind eigentlich so die Gegenspieler meiner Helden, auch wenn die davon vielleicht noch gar nichts wissen. Tipp Nummer 4. Sammelt alle Informationen und alles Geschriebene an einem Ort. Zwecks der Datenzusammenführung habe ich mir einen Hefter erstellt. Das ist der Hefter für meine Offline-Gruppe, in der das komplette Abenteuer, was ich bis jetzt gespielt habe, drin enthalten ist und in der alle Informationen einmal zusammengeführt wurden. Das heißt, hier sind auch lauter Karten enthalten und vor allem auch Charakterblätter der Bösen, der Guten, der Wichtigen Personen. Hier hinten dann nochmal Karten von den Gebieten, in denen wir unterwegs sind, selbstgezeichnete sowie auch gekaufte und weitere Informationen über die Welt und die Geschichte, die um die Helden gerade herum passiert und die sie vielleicht gerade noch gar nicht mal merken, aber die dann später mal wichtig wird. Und das Wichtige daran ist, ich vermerke mir immer alles, was in einer Runde an einem Abend passiert ist, sodass ich immer genau weiß, wo ich gerade stehe. Tipp Nummer 5. Bereitet immer wenigstens eine Runde im Voraus vor und überlegt euch, was so passieren soll. Aber schreibt doch nicht gleich die ganze Geschichte schon auf, also versucht nicht herauszufinden, das habe ich übrigens am Anfang gemacht, was eure Helden tun werden, sondern erschafft einige Ereignisse, die passieren, ob eure Helden wollen oder nicht, wie es auch im echten Leben so ist. Also zum Beispiel, ob mein Haus explodiert, weil die Gasleitung leckt, da habe ich nicht viel Einfluss drauf. Ich könnte zwar jeden Tag die Gasleitung checken, das mache ich aber natürlicherweise nicht. So habe ich also auch einige Ereignisse erschaffen, die meine Helden auf jeden Fall kratzen werden, die meine Helden auf jeden Fall dazu bringen, irgendetwas zu tun. Wenn also zum Beispiel, wie im letzten Livestream, der jetzt rausgekommen ist, meine Helden konfrontiert werden damit, dass ihre Freunde und Freundinnen da hingerichtet werden, fangen sie natürlich an zu handeln. Aber wie sie handeln und was sie davor tun, ist komplett meinen Helden überlassen, sodass sie flüchten, fliehen können, abhauen können, angreifen können oder alles anzünden. Tipp Nummer 6, der eigentlich hätte schon viel früher kommen sollen und, ups, da ist die Sonne auf einmal weg. Naja, achtet auf eure Gruppe. Denn wenn eure Gruppe aus einem Dieb, aus einem Einbrecher und aus einem Fassadenkletterer besteht, solltet ihr möglicherweise aufs Kämpfen verzichten, denn das wird allemale frustig. Natürlich kann es einige Kämpfe geben, aber trotzdem sollten die nicht allzu oft vorkommen. Und wenn ihr einen Dieb dabei habt, der Adelige hasst, weil er selber kein Geld hat oder weil er neidisch ist oder warum auch immer, dann sollte der Auftraggeber natürlich nicht adlig sein, denn der Dieb hat sonst keine Motivation, diesem Typen irgendwie zu helfen. Das heißt, schreibt eure Geschichten so, wie ihr sie wollt, aber natürlich auch immer mit dem Hintergedanken, dass eure Gruppe das Ganze ja auch spielen soll und sich in der Geschichte irgendwie wiederfinden soll. Tipp Nummer 7, bereitet doch einige Requisiten für eure Gruppe vor, denn es gibt nichts Schöneres, als wenn die Helden auch wirklich den Brief in der Hand halten, von dem ich gerade erzählt habe und vielleicht in diesem Brief noch versuchen müssen, einige Geheimbotschaften herauszufinden. Oder aber wenn sie versuchen, eine Karte zu entziffern, auf der eine Geheimschrift zu sehen ist und die so authentisch ist, dass in dieser Geheimschrift auch noch Rechtschreibfehler drin sind. Das ist wirklich ein Level an Authentizität, was ansonsten nicht erreicht werden kann und diesem ganzen Spiel auch noch eine großartige, würzige und für große Verwirrung sorgt. Macht das mit den Rechtschreibfehlern auf keinen Fall. Das ist total bescheuert. Ich hab's getan. Es war total bescheuert. Egal. Zu diesem ganzen Thema Requisiten, vor allem aber auch zur Atmosphäre und zu Freunden und Feinden eurer Heldengruppe, also zu den ganzen NPCs, Meisterpersonen, wie auch immer ihr sie nennen mögt, wird es ein weiteres Video geben, was den großartigen Titel tragen wird. Freunde, Feinde und alte Schätze, die Atmosphäre im Rollenspiel. Also da auch nochmal einige kleine Tipps von mir. Vielleicht auch, was das Thema Musik und Atmosphären, Geräusche angeht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt oder noch weitere Tipps und Tricks, die ihr mit der Welt teilen wollt, dann macht die doch öffentlich und schreibt sie in die Kommentare. Aber bitte, bitte, bitte seid freundlich zueinander und versucht einfach mal irgendwie nicht zu beleidigen, also gar keinen Menschen zu beleidigen. Das wäre ganz doll großartig. Ich wünsche euch noch viel Spaß, hoffe, dass das Video euch was geholfen hat und bis bald.